moin leute und herzlich willkommen zurück auf meinen kanal danke dass du da draußen wieder eingeschaltet hast und heute heute spielen wir eine runde zombie weiter und genau so jetzt ist die frage hatten wir eine mission oder hatten keine mission jetzt haben wir glaube ich zwei missionen ab in den gully ja ein Das war's für heute. Na, leider mal wieder nichts drin. Hier hinter sind auf jeden Fall ein paar Zombies. Müssen wir da hin? Ich denke mal schon, ne? Ja, komm her, mein Freund. Da hab ich ihn irgendwie nicht getroffen. Komm her. Ja. 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 so war ein harter kampf so hier vorne sind auch noch zwei um der eck wo ist denn der andere ach das war der rabe er stimmt okay alles klar weiter weiter das ist der schreiheit so geht nicht gut wir sind unbedingt alles safe leer leer und ja, war ja klar. Ah, stimmt. Hier war ja was. Mit dem Code. Genau. Ähm... Ich muss da nur noch wissen, wie das... Ah, ja, hier. Hier, der müsste... Hier ist geöffnet. Ne, wir brauchen den Code. Den Code. Den hatten wir doch irgendwo. Ich glaube, hier drinnen... Hier ist leer. So. Und... Hier war, glaube ich, irgendwo auch noch ein Code. Äh, werden wir den haben. Okay, dann sind das hier wohl die ersten Zahlen. 2, 5... 2, 5... 2, 3... 2, 3... 2, 5, 2, 3... 2, 5, 2, 3... Hier war auch schon drinnen. Hier war auch schon drinnen. Aber da hat das irgendwie nicht abgesaved. Ich weiß auch nicht warum. Ich kann mich an das schon ein wenig erinnern. So, überspringen. Ich kann mich an das schon drinnen. Keine Zeit verlieren. Okay. Mussten wir hier eigentlich lang? Ah, vielleicht können wir hier irgendwas safen oder so? Karte ist aktualisiert. Karte ist aktualisiert. Ja, eben nicht, ne? Die ist irgendwie nicht... Okay. Warte. Warte. Warte nicht, ne? So, so, so. So, so, so. Ich würde sagen, wir gehen nach oben. Aber bestimmt gehen wir jetzt wieder in die falsche Richtung. Aber das Spiel macht mich irre, ne? Wo wir hier überall hin müssen. Vor dir sollte gleich ein Park liegen. Die Tanke ist direkt dahinter. Aber war das nicht hier die Station mit dem Minen? Hatten wir die nicht schon? Oh nein! Ich loop! Nein! Puh! Wow. Der ruhig dich. Okay, 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 okay. Pass auf, wo du hintrittst. Da liegen Fallen für die Sieg. Clever aber für dich sind die genauso gefährlich. Sei vorsichtig. Doch, die Mission hatten wir. Aber die haben wir wohl irgendwann abgebrochen oder so. Ich weiß nicht mehr. So, hier vorne ist eine Mine. Okay, wir können die glaube ich auch. Äh, haben wir keinen Teil hier mehr oder was? Wir können gerade nicht scannen. Achso, ja stimmt. Oh! Fuck! Ich will nicht schon wieder sterben. Ja, zum Snacken haben wir mal wieder nichts dabei. Super. Ein Schlag und wir liegen. Oder eine Mine natürlich, ne? Oder eine Mine natürlich, ne? Jetzt kann ich wieder scannen. Boah! 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 Dachte nicht, dass du so lange durchhörst. Shit! Boah! Dieses Spiel macht mich fällig, ey! Jetzt spielen wir schon wieder einen neuen Charakter. Haben die Schrumpflinte verloren. Wir haben eigentlich schon wieder alles verloren. Beim zweiten Mal. Aber man denkt natürlich auch nicht, dass da sofort ein Zombie kommt und dich wegnetzt. Der Generator muss betanzt werden. Mensch Mensch Mensch. Okay. Jetzt so. Was haben wir denn wieder? Eine Pistole. Ja. Und wir haben natürlich den ganzen Loot, den wir hier in der Kiste haben. Mit zwar immer noch und wir nehmen auch nichts mit. Ne, wir nehmen nichts mit. Wir looten dann. Sonst ist wieder alles weg. Ah! Ziemlich heftig. Okay. Das heißt, wir spawnen wieder hier und genau, genau. Ach Mensch. Ärgerlich sowas. Ja, sind die Zombies wieder gespawnt hier oder was? Äh, sieht gut aus. Vielleicht müssen wir auch nicht den Code nochmal neu eingeben. Vielleicht gesaved diesmal. Natürlich ganz gut. Zack, zack, zack. Zack, zack. Zack, zack, zack! Zack! Zack, ¡ Mandy! Oh. Vielleicht können wir hier die Karte noch mal, hier ist kein Punkt, dass ich hier irgendwie aktualisieren kann die Karte irgendwie, weil hier ist eigentlich auch keine Gefahr, noch nicht, somit auch nicht so wichtig. Der Störsender, ich weiß, hier vorne ist die Mine, die hier sollte nicht mehr da ist, doch, die ist wieder da, GTF, so. Ah, du hast einen Rucksack, ich glaube, das ist meine, ne? Ist das meine? So, ist alles ruhig, ja? Ja, sicher ist das meine. Dieb. Na gut, zu wissen, dann hätten wir den ja nur noch töten müssen, den in der, keine Ahnung, Folge, dann hätten wir unser Loot wieder gehabt, okay. Ja, ja, du schon wieder. Zack, 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 und jetzt häl ich ab. Komm her. Komm her. Ey, du, äh, der hat einen Steinkopf, oder? Ey, weg, ah ne, der ist hier. Schreit da jemand? Können wir mal nachgucken, ne? Und nicht schon wieder. Oh, gleich zwei. Den einen habe ich so weggenatzt hier. Komm her. Komm her. Okay. Arbeiter leer, leider. Okay, das ist dann auf jeden Fall Raben. Teddybär. Ich glaube, wir haben noch nie irgendwie in den Mülltonnen. Oh. Da war's. Oh nein! Ah, stimmt, 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 stimmt. Da muss irgendwas sein. Irgendwas muss da drinnen sein. Ah, ne Leiter. Ja, nehmen wir zuerst die Leiter am besten. Sind ja eh schon halb wieder bewusstlos tot. Wie auch immer. Ah, es gibt wieder einen... ...en Code. Vielleicht ja auch. Was war das denn? Hey, das blitzt bei mir draußen. Ist ja ziemlich heftig. Ja, wahrscheinlich sind da so viele Zombies draußen. Äh, drunter. So, wo ist der Code, Bruder? Ich brauche den Code. Ich bin Code-Nusher. Versteht ihr das? Ja, aber es ist ja nicht so, dass... ...dass man hier unnötig hingehen kann. Das muss ja... Oh, krass. Wo? Wo? War ich glaube unten. Oh, nee. Ja, da kommt er hoch hier. Wird schon looten. Gibt's leider nix zum looten. Vielleicht ein bisschen Heilung oder so. Oh, nice. Ah, guck mal. Hier gleich eine Werkbank. Haben wir überhaupt irgendwas? Heilung. Ja. Ja. Wenn er auf jeden Fall irgendwas dran machen. Nee, können wir nicht. Wann arbeite ich denn da? Nee, können wir nur... Ja, keine Ahnung. Ähm. ich speichere hier einmal. Vielleicht haben wir dann volles Leben. Ich glaube, das haben wir schon mal ausprobiert. Und das hat, glaube ich, geklappt. Ich weiß es natürlich nicht. Doch, es klappt. So, und jetzt will ich das hier nochmal ausprobieren. Aber wir haben eh nicht viel Munition dafür. Somit nehmen wir doch lieber den Schläger wieder mit. Können wir nicht hier die Karte irgendwie aktualisieren? Ja, natürlich nicht. Vielleicht hier drin oder so. Ne. Leider nicht. Ja, wie es aussieht, müssen wir da durch. Der Code müsste dann weiter unten sein. Ja, können wir nochmal scannen. Vielleicht finden wir den Code. Sonst egal, auf die Tür erstmal. Okay, hier ist fein gar nichts. Keine Pfeile. Wenn es nur einer ist, ist ja noch okay, ne? So, der müsste mich gleich sehen oder riechen. Da müssen wir taktisch vorgehen. So. Leider ist die Folge auch schon wieder vorbei. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.